So schnell gibt Katja Neter ihn nicht her, den Wanderpokal der Bowlingmeisterschaften der WG Fortschritt in Döbeln. Gemeinsam mit den Vorständen der Wohnungsgenossenschaft und Turnierleiter Lutz Iwan eröffnete sie am Nachmittag des 26. Oktober die 11. Ausgabe des Wettbewerbs. 21 Mannschaften haben dafür gemeldet. Aus gegebenem Anlass wurden zu diesem Start nur die Teamleiter der jeweiligen Mannschaften eingeladen. Im Rahmen des Starts teilte Lutz Iwan, Geschäftsführer des Wellwell Sport- und Freizeitparks Döbeln mit, dass ab dem 28. November die alte Bowlingbahn gegen eine neue Bahn ausgetauscht wird. Aus Gründen der Fairness empfahl er einen heißen Start im Dezember auf der neuen Bahn. Die Spielerinnen und Spieler freuen sich auf den Start der 11. Meisterschaft, welche unter Beachtung besonderer Vorschriften von Hygiene, Desinfektion und Abstandhalten durchgeführt wird. Die Dauer der im Dezember startenden Meisterschaft wird fast ein Jahr betragen. Damit haben die Teilnehmer ausreichend Zeit, viele Punkte für ihre Teams einzuspielen, sagte Katja Netter, die Organisatorin des Bowlingmeisterschaftswettbewerbs. Deswegen machen wir das jetzt noch dreimal gut, heiß, gut, heiß, gut, heiß, sehr schön.